PEGI 18 Wie konnte es so weit kommen? Der technologische Fortschritt ist unbeschreiblich. Von künstlichen Augen bis zu kybernetischen Gliedmach... Das Versprechen einer besseren Zukunft. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns von jeglicher Beschränkung zu befreien. Stärke, Kraft, Tempo. Jetzt setze ich auf das, was wir sind. Wurden diese Augmentierungen gründlich getestet? Manche sagen, dass diese Entwicklungen unnatürlich sind, dass wir Gott spielen. Aber früher hatten alle Angst vor Elektrizität. Und wo wären wir heute... Was passiert, wenn diese Technologie in die falschen Hände gerät? Krankheiten oder Viren könnten die Menschheit aussadieren. Wir werden weltweit Zeugen von Terror... Eine Art Wahnsinn hat die mechanisch augmentierten Menschen erfasst. Neun Millionen bestätigte Todeswelle. Tendenz steigend. Das ist ein Angriff auf die Menschheit und auf unsere gemeinsamen universellen Werte. Diese Leute wurden gehackt. Sie hatten keine Kontrolle. Was ist die richtige Reaktion? Und können wir verhindern, dass so etwas wieder passiert? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich würde nie... Du wolltest mich töten. Wann würden Regierungen zu unser aller Wohl über eine Abschottung nachdenken? Wir können politisch korrekt oder dumm handeln. Aber es wird immer schlimmer werden. Die Tschechische Republik steht nun auch auf der wachsenden Liste von Ländern, die die Umsiedlung ihrer augmentierten Bürger fordern. Wir haben keine Wahlen. Berichte über Neuroprozinknappheit, dem Medikament zur Vermeidung der Abstoßung von Augmentierungen. Und wir werden für unsere gottgegebenen Rechte kämpfen, unseren Lebensstil zu verteidigen. Symbol für die wachsende augmentierungskritische Stimmung marschierten Tausende. Ganz egal, wie viele Leute sie auf die Straße bringen. Wir werden unsere Körperteile nicht aufgeben. Ist das klar? Was auf diesem Planeten geschieht, ist Angstmacherei in großem Stil und wird von den Massenmedien geschüttet. Der Officer sieht schwerste Gesichtsverletzungen. Zwischenfall auf Zwischenfall auf Zwischenfall auf Zwischenfall. Sie sollten Angst haben, denn sie werden sie holen. Wir werden keine Sklaven der Konzerne sein. Wir werden uns erheben. Für die sind wir der Feind. Wir sehen, was deinesgleichen anrichtet. Meinesgleichen? Du klingst genau wie sie. Wir sind an einem Wendepunkt. Wir können so nicht weiterleben. Die Gewalt gerät völlig außer Kontrolle. Der Weg für diesen militanten Konzernstaat wird bereits gepflastert. Was haben Sie mit uns vor? Warum bauen Sie Konzentrationslager? Was geht da draußen vor? Die Lage aus den Straßen eskaliert. Nach zahlreichen Probesoffern gibt es nur noch einen Weg, diesen blutrünstigen Fanatikern zu begegnen. Viele sind gestaubt. Und wenn Sie uns jetzt unsere Freiheit nehmen wollen, werden Sie dafür mit Blut bezahlen. Mehrere Detonationen, vermutlich Autobuschen. Die Augmented Rights Coalition leugnet... Oh nein. Das Degregationsgesetz wurde verabschiedet und ist ab sofort gültig. Augmentierte Personen sind aufgefordert, sich in gesicherte, abgetrennte Viertel zu begeben. Ich will nicht, dass Sie mich wegbringen. Wir sind immer noch eure Nachbarn. Brüder. Schwestern. Geliebt. Wir haben alles verloren. Unsere Träume. Unsere Unschuld. Wohin bringt ihr sie? Wohin bringt ihr sie? Unsere Menschlichkeit. Wohin bringt ihr sie? Wohin bringt ihr sie? Es ist nicht dieastibahn. Wohin bringt ihr sie? Vielen Dank.